Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde, Rage of Empires Colosseum 4 zocken wir Ich glaube, ich habe das Colosseum schon mal gezockt, ich glaube es, vor langer Zeit, vor langer Zeit in einem wunderschönen Land In, ach de scheiße, ja okay, ich kenn das Ist dieses abgefuckte Das Problem ist Ich glaube es ist die Cheat Map Ich glaube es, ich bin mir nicht so sicher Ich habe das auch schon mal gezockt und ich war nicht so begeistert Was ist das? Komm, komm, komm! Will ich das? Move, move man! Oh mein Gott Das lustige ist, wir müssen jetzt mal Holz sammeln Wir brauchen schon das erste Mal, ich brauche das definitiv nicht dort hin Ich brauche mal das Mal weg Dann gehen wir mal, wir waren jetzt andere Schützen, oder? Ich habe nur zwei verfickter Warte, was ist das? Was ist das? Bewegt dich! Eigentlich Ja, eigentlich ist kaum mehr Ich habe ein bisschen Erfahrung von dem Kolosseum, weil ich das schon mal kenne Das kostet ein Hafen hier schnell Hafen, Hafen, Hafen Ich brauche mir mal ein paar Kilds klauen hier Ich brauche mir mal ein paar Kilds klauen hier Die soll mal weg Okay, das haben wir schon mal Dann brauchen wir mal ein Schiff Hallo Hallo Mann, geh doch mal Da haben wir schon mal was Oh jejeje Oh, der hat keine Das Gute ist, der hat nur Normale Armutschützen, keine Veteranen Wie meine Was kostet ein Schiff? 300 Fort Wut Ich kann mich bei Grün hoch bieten Hoffentlich Hoffentlich Vielleicht gewinnen wir das Vielleicht gewinnen wir das Vielleicht gewinnen wir das Vielleicht gewinnen wir das Ich habe mir das auch nicht Aber ich bekam mich jetzt Oh shit Ich habe ein Problem Ich habe ein Problem Nein, nicht du Komm her, Missionär Du hast was anderes vor Ich werde mit dem Grün Dann wird gleich mit Schiffen kommen Das ist definitiv klar Aber mit Booten kann ich Keiner einschicken Transportieren Schicken Ja Weiter, weiter, weiter Was gut ist Was gut ist Ich denke, dass ich Vielleicht denke, dass die Wir es nicht kennen Das Spiel Das Szenario Deswegen lasst er sich Zeit Weil er definitiv 500 Ja Hat er Rohstoffe in seiner Base Weil ich kenne das Spiel Eine Gleiche Aber da habe ich Rohstoffe in der Base Und ein Cheat Aber es gibt auch eine Wo kein Cheat ist Das könnte es sein Vielleicht Ähm 300 Nicht mehr viel Komm Aber er macht auch nichts Dann gehen wir mal schnell auf Oh Fak Schnell rhoov Und Weiterschießen Veteraner muss Schützen Komm weiter nicht mehr viel, wie viel noch? noch 42 Gold WTF, warum sind die so stark? ok der ist bei Ding durch, bei Gelb seine Mauern oh ich kann ein Schiff bauen wieder auf Holz gehen ich mach gute Kills komm schießt Männer mein erstes Schiff ist gleich fertig dann schicke ich die Holz sammeln zusammen ok der hat sich immer noch verstanden ok der kommt zu mir, das ist nice das ist ein Schiff das ist ein Schiff das ist ein Schiff wir haben ein Problem wir haben ein Problem wir haben ein Problem mal oh fuck it ich brauche ein paar Kills ich brauche noch ein paar Kills ich bin Player 2 oh ich habe gleich meine 200 ich bin Player 2 oder? ich bin Player 4 ich bin Player 4 mir fehlen noch ein paar Kills kommt kommt zu Daddy der die Bauch killt ok ich weiß nicht was oh fuck der ist in Zeiten aber er hat keine besseren Einheiten er hat keine besseren Einheiten er hat keine besseren Einheiten What the? Auf Wiedersehen schnell weg er hat keine besseren Einheiten weg 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 wir müssen uns leider zurückziehen weg zu viel Oh, fuck it, Mami, weg, weg, weg von ihm Obwohl, ich könnte Cazadores ein paar Mal haben Oh, oh, ich sehe nicht gut aus Zum Glück hat er die Russen genommen, hier hat er auch keine besseren Anhalten Er macht auch keine anderen Anhalten, merkwürdigweise Das Schiff wollen wir mal in den Außenposten gehen Glaublich ist er, er den Schiffen kommt und er mich ärgern tut So, oh, 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 oh PQue, Schiff Okay, er geht auf langen Bogen Oh, seine Schechtelizen. Grün hilft mir auch nicht. Dieser Schwein hilft doch mal. Egg McMuffin, der hilft nicht mal. Hilft doch einer. Keiner hilft mir. I'm rest in peace. Okay, der Außenposten ist schon mal fertig. Raus. Hallo, raus mit dir. Arbeiten. Bauen. Money. Bauen wir uns nicht. Zum Glück hat er die falsche Nation sich gewohlt hier. Ich freue mich gleich, wenn die grünen Kommenzeigarten schütteln. Da ist die Klangbogen hinterher. Oh, der macht echt gut Kills. Er macht gut Kills. Nein. Nein. Er nimmt seine billigen Einheiten als Schutz. Das ist sehr schlau. Das macht echt gut, dass er seine billigen Einheiten als Schutz zeigt. Aber das gleiche können wir auch. Aber ich hole ihn gerade ein wieder. Obwohl ein Russ hat keine... Ne, ein Russ hat keine Plankler. Zum Glück nicht. Sonst wäre ich Game Over. Zum Glück nicht. Das ist aber unsere kleine Runde. Oh, so viel Unterschied haben wir nicht mehr. Er hat 14 Kills mehr. Oh, das schaffe ich jetzt schon. Ah, ha. Komm. Ja, ja. Er versucht sein Popo noch zu retten hier. Oh mein Gott. Ja, ha. Ja, ha. Ja, ha. Ich will ja das gegen mich machen hier. Habt ihr das gesehen? Ich hab ja mal erwischt. Schieß! Alter, schieß doch, Mann. Was ist los mit dir? Hat er ihn kaputt gemacht? Ich glaub, er hat ihn kaputt gemacht. Jawoll. Ich glaub's. Ich schau mal. Jetzt gehen wir schnell zurück. Dann kommen wir hier mal hin. Das Gute ist, dass er die kaputt gemacht hat. Ich glaub's. Dann können wir mit dem hier hin. Dann bauen wir noch einen von denen. Dann gehen wir auf Gold. Der soll auch auf Gold gehen. Helium! Haha! Wollt ihr mit einem 1-2 mich jetzt ärgern? Hä? Aber zum Glück bin ich schon. Oh! Wir haben noch einen kill unterschied noch. Das ist meine Runde. Jetzt können wir kommen. Dann würde ich mal hier fit machen. Der kommt auch noch mit mir. Oh, kommt Jungs, wir bauen Kills. Hä? Ist das doch... Irgendwie habe ich falsch geschaut. Das blöde ist, ich brauche noch ein paar Kills. Komm, gib mir ein paar Kills. Gib mir ein paar Kills. Oh, wir sind beide. Oh, ich bin Portugies. Das ist meine Runde. Haha. Wollen wir mal die Schiffe jetzt kaputt von da hin? Oh, ich bin... Aufsprach, wie viel? Aufsprach, Astonatores. Wenn Mörser, den machen wir auch mal. Ja Er ist Russe Oh mein Gott, der ist im letzten Oh mein Gott, der ist echt im letzten Oh mein Gott, der ist echt im letzten Oh mein Gott, der ist echt im letzten Hey, wie ist das Siedler? Ah, der hat das Siedler schicken lassen, dieser Sack Oh, du schade, der 10 ist wieder zurück Oh, oh Oh Da parierst du mal die Schiffe ganz schnell Oh, oh Scheiße, der ist echt im letzten Level Alter, der ist Britte, kein Wunder Oh, du Scheiße Oh, wir haben noch einen Cheater Oh mein Gott Jetzt haben wir ein Problem Grün, der Cheater Bombaden Was soll ich machen? Ich muss gewinnen Obwohl ich nicht gewinnen werde Ich gewinne mir auch gegen ihn, wenn er sich dumm anstellt Wenn er sich dumm anstellt, können wir das gewinnen Oh, ich hab ne Idee Ich weiß wie ich ihn sein Ding töten kann Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Weil ich gewinne Spiel nicht mehr Er macht ja nur Bombaden der Arsch Ich hab ne Idee Aber ich hätte eine Idee wie ich es ja nehme Aber ich hätte eine Idee wie ich es ja nehme Das Problem ist Ich weiß nicht wie er von Level zu Level gesprungen ist Was ist die Frage jetzt? Wollen wir mal alles kaputt hier? Haha Wollen wir mal schnell rein Holen uns hier die Kills Die sollen hier weiter die Mauer kaputt machen Der Typ merkt das nicht mal Und Scheiß kommst du ins letzte Level Jetzt können wir abhauen schnell Jetzt können wir hier hin Und bauen jetzt noch einen Mörser hin Oh Scheiße Der muss hier her Oh fuck Oh mein Gott er macht das gleiche bei mir auch Lol Er macht das gleiche bei mir auch Ich wache Ach das scheiße Der macht das gleiche bei mir auch Der hat eh eh nur einen Mörser Und den Rest was brauche ich hier machen Und den Rest was brauche ich hier machen Ich hab keine beiden mehr Die ich schicken kann Scheiße Das ist not nice Not nice Der Arsch Oh der kommt zu mir Oh shit der kommt echt zu mir Der Arsch Der macht meine Dinger kaputt Lauf, lauf, lauf Lauf, lauf Lauf, lauf Boah eigentlich Oh shit das war blöd Das war richtig blöd Was soll ich tun Nochmal drauf Jetzt müssen wir mit allem drauf Was wir haben Was hat der ausgehalten? WTF das hat der ausgehalten? Tötet mir mal seine ganzen Siedler Alter der schickt noch ein Kriegsschiff her Oh Nein mach die Schiffe kaputt Ah fuck der Wichser Ach scheiße das gewinne ich nicht mehr Oh fuck Scheiße Oh fuck Oh oh, ja wir gehen hier hin und kämpfen gegen ihn Wir haben keine Chance Oh mein Gott, ja das geht auch nicht, aber Wasser wird es auch nicht schaffen Scheiße, okay das Game ist zu Ende, scheiße Fuck, ich hätte gesagt ich könnte ihn besiegen, wäre ein bisschen schlauer als er gewesen, aber leider nicht Ich hätte ja alle fast alles kaputt gemacht Ich komme ja nur mit Kill-Zeit und nicht mit Gold Oh mein Gott Ja, schießen wir Wuhuuu GG Oh, da kommt noch mehr Okay, das Game-Ruah Warte, wie viel hat er denn gemacht von den Bombaren 2000 Punkte hat er, unglaublich Und ich habe mir hier umsonst meinen Arsch aufgerissen Obwohl ich schon gewusst habe, was er uns vorher geahnt hat Das könnte eine Cheater-Szenario sein Ich mach mein Ding selbst kaputt, bevor du ihn kaputt machst LOL Jetzt wisst ihr es aber, noch ein Cheater Der Cheater, dieser T-I-R-5-4-3-2 ein Oh mein Gott Ah Jetzt seht ihr es auch, wenn ich... Ach so ein scheiß Cheater aber ich sag mal ok tja hat der ruchstoff in seiner base gehabt überhaupt war jetzt das gleiche wie ich gemacht die sind anfangs schon fertig geworden aber sag Dankeschön fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bei No Truth Gamer Age of Empire